Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge 1119 auf der APRAG Online Farm. So, wir starten mit wieder zwei GR-Restenformen. Geht aber nicht wie viel reinpasst auf. Das ist gut, da kann ich schnell. Wo ist der langweilige Raum? 24-30 Meter reinpassen. Dann kommen wir aber ganz schnell. So, wir fangen mal an die Gare, also von A nach B nach C und D. Wo sind die gekriegt? Und dann gehen wir mal an die周helden. Wechsel nicht. Das ist ganz schön. Wir können hier um die Maarten zu beherrschen. Wir werden die Maarten zu schauen. Ja, wir können hier auch loswerseheures her 써. Und wir müssen hier einfach erst mal raus. Dann gleich schneiden. So, jetzt kriegen wir die Übung. Ja, wir haben die Übung erst mal. Also in dem Fall. So, wir haben die Übung. So, wir haben die Übung. Jetzt. Die müssen wir hier raus haben. Die Stimme, die wir mit dem Weg noch nicht los sind. Vor so einem Schleifen. Die Stimme. 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 So, da laden wir wieder auf. Mit Formel nur. Gehreste von A nach B. Und mehr ist aber nicht fertig bei mir. Ja. Jetzt nochmal Gras mit anmachen. Aber sieht halt alles so aus. Es ist nur am wachsen. So, kann ich es wieder ausknüpfen. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Und wieder schlecht für die BGA. Wieder schlecht für die BGA. Wieder schlecht für die BGA. Dann. Ich hoffe, ich habe den Kierke arrestet. Ups Es ist nur 600 Stahlblätter am Distanz zu laden 300 Mord, oder 600 Mord sind insgesamt der Wettbewerbdau Jetzt geht's los 1 2 3 4 5 5 6 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 20 22 23 25 25 23 15 23 24 24 24 25 24 25 25 25 24 25 26 26 27 27 3 mal vorn, ein bisschen leer Danke, Frau. Oder jetzt? Jetzt rein, bitte, jetzt auch noch ein bisschen schliessen. Das ist so gut. Da oben ist schon mal ein bisschen ... ... mit den Staunen. Mit den Staunen rüber. Also da habe ich erst mal ordentlich meine Fehler jetzt hier gefühlt Ich bin auf die Überlegung, ob ich auf die Schleppbestände umsteige Ich hoffe, was haben wir beim Füllen, dass es die Kosten wurde Das ist momentan sowieso nicht drin, davon habe ich gesehen Mit fünf von Straßen wird nach den Blumptapfen Ich habe den Blumptapfen Ich habe den Blumptapfen Ich habe den Blumptapfen Pläne fast braucht wieviel PS 250 Und da passt Der dran Das sind 12 Meter und das sind 36 Meter, 12 Meter wird nicht mehr reichen. Sind das schon mal 200.000 Euro, nur das Hass & Co. Jaaa... Das ist für mich noch nicht der Tage. Und, und, zack, ganz gut. Irgendwo hab ich Geld verleten hier, sag,ubere Produktion nicht mehr rum, wenn man Ziele kommt, der Kastativ in die Mille, und,tsch, wo bin ich hier? Ohne... Was soll der Fabri die Mille, nächste Mal schon die Molgereigeschichten einsteigen? Und die Milchproduktion ist das nächste Ziel, das ich habe. So. Wo ist überhaupt die Molkoch? So eine Milchverarbeitende Industrie Molkerei. Hier ist die Pommesbude. Ist das die Molkerei? So, mal ganz kurz, haben wir eine Weileverarbeitung. Die haben nur Verkauf, oder? Jesus. Die machen gut. Molkereiprodukte, ok. Vielleicht gab es auch immer noch eine Weinstephan. Ich glaube, dass ich jetzt früh bin. Ne, da ist die hier. Genau. Suchen. Die haben auch. Und hier habe ich es selber, oder? Ja. Ok. Es ist egal, welche Molken sie kaufen werden. Da ist die hier oben aber mehr, würde ich sagen. Was soll das Ding sein? Ja. Ja. Da ist es nämlich... runter, weil was gequetscht ist. Jetzt speichern wir erstmal. Soll du wusst. Woll dich auch nicht. Das ist ja groß auch schon. Genau, jetzt. 160. 7.60 Meter Das ist doch nicht ganz voll, denke ich mal. Aber was mache ich noch nicht? Wir müssen noch einen Vorsprung kaufen. Handen mit dem Tammer. Die letzten 16.000 haben wir schon auch leer. Wir haben hier schon wieder einen Mekanol gesammelt. 47.000 Meter. Wir haben hier schon wieder fast Wohlsprung mit dem anderen Den gehen wir gleich zurück. Das sind ja nicht so viele Wohlsprung. Drei Zwei 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 So, da riecht die ganze Folge jetzt güllige Formen, ohne Schlicht. Da kommt. Garage. Die niedliche Formen. Zack. Und so geht die Abwehr. Die U-Tar sind aber schon obendrein. Nötig schon 15.000 Dollar. Okay, auf Deutsch anfangen lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Oder? Feld 92 an. Wohin? Freifach in Querbus. Feld 80 an. Wo ist die 80? Die Gomezboot ist hier oben. Wo ist Feld 80? 89? Hier unten. Ich bin mit dem Ander. Ich bin sehr froh, Füge und Kriege hier. Keiner war sehr uartlich. Ballenpressen zu Hans Wurst der 99. Das könnte man noch mal machen. Müssen wir haben? Ah, mit Wender. Gehäublein. Ja, wir haben trotzdem schon mal einen. Ja, haben wir. Gehäublein. So. Aufsch vendet. Junge. Die ganze Woche. Die Frage! Ich bin ja auch großartig. Ich bin ja auch großartig. Ich bin ja auch großartig. Ich schicke jetzt schon mal los in die nächste Folge und das Feld 99, aber ich komme jetzt erst mal zum Ende dieser Folge. Wenn es nicht gefeiert, lasst keinen Dunsen da und ich bin raus. Ciao, ciao, fang, euer Jaso.